Guten Morgen und ich wünsche euch heute einen schönen Sonntag, den wir heute zugucken. Wir kochen heute wieder was Leckeres und wir machen heute was ganz Besonderes. Wir machen kalorienarme, fettarmen Burger, also Protein-Burger. Die werden am Ende 391 Kilokalorien haben, 31 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Fett und 38 Gramm Proteine. Das wissen wir nicht, das sind gute Nährwerte und wir werden die Folge vorgehen. Wir machen erst das Fleisch, dann schieben wir das Fleisch in den Ofen, dann machen wir das Brot, schieben das Brot auch in den Ofen. Dann gehen wir weiter, machen die Soße, dann das Gemüse, dann belegen wir den Burger, schieben es nochmal in den Ofen und am Ende werden wir alles zusammen anrichten zu nehmen. Wir gucken uns kurz eins an, was wir brauchen. Wir haben als erstes hier mageres Rindfleisch, das ist ganz wichtig. Normales Rindfleisch hat einfach zu viel Kalorien, zu viel Fett etc. Dann haben wir ganz spezielles Meerkorn-Toastbrot, das ist ein bisschen weniger Kalorien, wie normales Burgerbrot. Dafür mehr Belaststoffe, Mineralien, Protein etc. Dann brauchen wir noch diese Art Mozzarella als Käse. Wir können natürlich kein Gouda oder so nehmen, die haben einfach viel zu viele Kalorien, deswegen nehmen wir diesen leichten Mozzarella-Art. Den haben wir auf dem Rebelkopf, der heißt Skirella. Dann haben wir Gurke, Tomate, Zwiebeln, das alles zusammenkommt auf den Burger und in das Fleisch. Dann haben wir noch etwas Schnittlauch. Das kommt auch in das Fleisch. Salat zum Belegen. Natürlich. Und dann machen wir eine Soße aus diesen drei Komponenten. Senf, Rimoulade, Ketchup. Da die Soße eine der wichtigsten Sachen ist beim Burger, muss die besonders lecker sein. Aber darauf gehen wir später auch noch genau ein. Genauen Mengen findet ihr nachher in der Beschreibung unten. Ich blende den Nährwert auch nochmal ein. Und beim Kochen werde ich auch nochmal genau sagen, wie viel von jedem brauchen. Also, kommen wir jetzt zum Fleisch als allererstes, weil das muss in den Ofen, 15 Minuten oder 220 Grad. Deswegen machen wir das als allererstes. Danach fangen wir mit dem Brot an, gehen wir jetzt zum Fleisch rüber. Hier brauchen wir 100 Gramm. 100 Gramm. Ich mache ein bisschen mehr heute, weil ich mache mehr als einen Burger. Wir brauchen 100 Gramm, das ist ein Viertel von der Packung. Das kann man gleich sehen, steht drauf. 400 Gramm, dann ein Viertel ist das hier. Wir nehmen aber die halbe Packung. Ich mache es nur mit der Hand. Alles, Frikadellen, Burgerfleisch, muss man mit der Hand machen. Wir nehmen jetzt 200 Gramm. Aber wir haben für jeden Burger nur ungefähr 50 Gramm Fleisch gerechnet. So, dann brauchen wir das Fleisch. Das haben wir hier. Dann nehmen wir ein halbes Ei. Ich mache das hier auf. Super. Also, ich mache das Ei auf. Die Hälfte da rein. Halb Eigelb und Dings. So bitt läuft. Dann, ein Stück Papier. Dann gehen wir weiter. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer. Ruhig genug Pfeffer reinmachen, weil er immer extrem länger ist. Salz muss man ein bisschen aufpassen mit. Und ich tue jetzt noch von mir aus, weil ich das halt gerne esse, noch ein bisschen Kurkuma rein. Ein bisschen Curry. Den Ofen kann man schon mal vorheizen. Ich habe den schon mal angestellt hier. So, was jetzt noch reinkommt, ist ganz fein geschnittene Zwiebel. Zwiebel, das ist sehr wichtig. Die binden nämlich und geben lecker Geschmack. Halbe Zwiebel machen wir jetzt, machen wir jetzt die halbe Zwiebel für das Fleisch. Und die andere Hälfte, wir haben hier berechnet ungefähr 30 Gramm Zwiebel. Davon gehen 20 in das Fleisch. Und 10, das ist dann ein Zwiebelring, geht auf den Burger. Also einmal der Mitte durchschneiden. Zur Seite legen das große Stück nach vorne. Und dann... Das ist schon zu viel. Schneiden wir nicht alles auf, weil wir brauchen ja nicht viel. Wir nehmen nur das Stück hier. Fein geschnittene Zwiebeln ist ganz wichtig da. Ah, das reicht auch schon für die Menge. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich stehe auf zwiebeln im Burger. So, schön klein geschnittene Zwiebeln haben wir drin. Den Rest nehmen wir gleich. Dann brauchen wir noch Schnittlauch. Das Fleisch ist der größte Auge einer ganzen Geschichte eigentlich. Den nehmen wir noch mit dem Schlittlauch. So eine gute Handvoll. So eine gute Handvoll. Und jetzt schneiden wir weiter. Was wir auch, ne? Schön die Kralle machen. Und dann geht's weiter. So, das reicht auch. Das kommt alles da rein. Und eh voilà, da haben wir es. Was wir jetzt noch machen können als kleiner Trick, ist, wir nehmen das Brot. Ne, das haben wir hier. Und wir bröseln so ein bisschen von dem Brot da drin, da rein. Erstmal haben wir dann weniger Kalorien, wenn wir jetzt noch Weißbrot oder so nehmen. Zweitens bindet das besser. Und drittens hat das Brot eine schönere Kuhle, um es nachher zu belegen. Und das, die Menge hier, ihr seht das, das ist nicht viel. Das reicht schon, um das nochmal nachzubinden. Also, jetzt machen wir es mit der Hand, tun wir das schön verrühren, ne? Wie man Frikadellen macht. Oh, da wackelt die Kamera. Tun wir das schön mit den Händen verrühren, ne? Dass es was schön Matschiges gibt. So. Ach, das ist herrlich. Lutscht euch die Finger. Lecker, schmecker, ecker, ecker. So, ich wasche mir schnell die Hände. Weil jetzt brauchen wir ein bisschen Backpapier. Das haben wir hier. Wichtig ist bei der ganzen Lage erstmal, dass die Frikadellen natürlich schön dünn sind, ne? So, wir wollen da keine dicken Oschis drauflegen. Wir wollen da keine dicken Oschis drauflegen, sondern schöne flache Dinger. Wenn die Hände ein bisschen nass sind, dann kann man das besser wickeln. Und wenn man so eine Kuhle nimmt, dann sind das ungefähr 50 Gramm. So. Dann legen wir das hier drauf. Und einmal umdrehen, wirklich schön platz drücken. Dass die schön dünn sind. Und schön in Form bringen. Ich mache jetzt vier Stück. Weil, wie gesagt, ich mache mir Burger. So. So, nochmal drei. Ein bisschen Form geben. Man sieht, da ist schön Zwiebel drin. Salz. Man kann, wie gesagt, auch Paprikapulver und alles jenes reinmachen. Ich stehe da auf Curry und auf Kurkuma. Ist auch mega gesund. Deswegen nehmen wir das. Jetzt kommt nochmal vier. Einmal draufgefletscht. Dann, so wie das jetzt ist, schieben wir das in den Ofen. Der schon vorgeheizt ist. Der kreist noch ordentlich. So, 15 Minuten. Das war das Fleisch. Wir gehen jetzt weiter zum Brot. Ich fasse mir nochmal die Hände. Und dann geht es weiter. Jetzt kommt das Brot. Da gibt es nicht viel zu beachten. Man nimmt das Brot einfach raus. Öffnet das. Und. Ich mache, wie gesagt, habe ich jetzt vier Burger gemacht. Ich schiebe die jetzt schon alle in den Ofen. Damit die ein bisschen knackiger werden. Und dann später werde ich die auch direkt im Ofen belegen. Die kann man einfach da vom Platz verteilen. Muss man im Auge haben. Nicht zu lange. Brot ist drin. Das lassen wir zwei, drei Minuten. Gehen jetzt schon zum nächsten Schritt. Über. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Damit das Brot nicht zu trocken wird. Da haben wir eine Schüssel. Die Soße ist das Wichtigste am ganzen Burger. Hier haben wir mit wenig gerechnet. Also hier brauchen wir gerechnet. 10 Gramm von Garde. Das ist das. Mehr brauchen wir nicht. Ich nehme das Vierfache davon, weil ich vier Burger mache. Also Limonade wirklich nur so einen halben Esslöffel. Ketchup. Dasselbe. Also ungefähr zwei Esslöffel für vier Burger. Oder ein Esslöffel für einen Burger. Das selbe. Das selbe. Flup. Weiter in die Soße. Wir wollen das Ganze ja schön schmackhaft machen. Noch ein bisschen Schnittlauch. Na ja, warte. Die Kamera auf dem Tisch. So nicht zu viel. Sonst schmeckt das zu schnittig. So Schnittlauch. Man kann auch Zwiebel reinmachen, wenn man will. Ich nehme jetzt den Schnittlauch. Dann kommt da auf jeden Fall wieder Salz rein. Das ist ganz wichtig. Und Ziffer. Die Soße beim Burger ist das A und der fucking O. Wenn die Soße nicht passt, keiner gesehen. Wenn die Soße nicht passt, dann passt halt alles nicht. Ich mache hier noch ein bisschen Curry rein. Ich stehe einfach auf Curry. So ist das. Und ganz zum Schluss als Geheimrezept. In ganz, ganz kleinen Spritzer Milch. Damit das ein bisschen cremiger wird. Ein bisschen flüssiger wird. Und wir mehr Soße haben. Man sieht das jetzt hier schön. Das sieht super lecker aus. Das ist dann pro Burger so ein Löffel. Ein Teelöffel. So, dann haben wir die Soße. Die Soße, die wird am Ende zusammen 60 Kalorien ungefähr haben. Was für zwei Teelöffel wohl etwas sehr viel ist. Aber die Soße muss lecker sein. Sonst schmeckt der Burger einfach nicht. Also, gehen wir weiter. So, jetzt kommt das Gemüse, der Käse und das Brotbelegen. Das Brot ist jetzt fertig. Es war jetzt fünf Minuten drin. Wir holen das raus. Das ist super heiß. Fleisch sieht auch schon gut aus. So, das ist vielleicht auch noch fünf Minuten. Wir kommen jetzt dazu, das Gemüse zu schneiden. Erstmal brauchen wir ein bisschen Gurke. Dazu dürfte ich von der Lichtscheibe. So, beim Gemüse habe ich so, für Gurke habe ich ungefähr drei Stücke Gurke gerechnet. Das sind so wenig Kalorien, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Tomatis, eine Scheibe. Ich tue das erste Stück weg. Eine schöne Scheibe pro Burger. Da sieht man, das sind schön fette Tomaten. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Vier Scheiben, vier Burger. Das ganze Gemüse wird am Ende, ich glaube, 40 Kalorien haben. Da brauchen wir noch etwas größere Zwiebelstücke. Für den Burger. So, das reicht auch schon, der Zwiebel für den Burger. Und dann haben wir das. Jetzt kommt der Käse noch. Was wir nämlich jetzt machen, ich mache den Ofen erstmal auf. Weil, wir nehmen jetzt gleich das Fleisch raus, belegen das und schieben das dann nochmal mit dem Käse rein. Ich mache mal auf, damit es nicht drin bleibt. Damit der Mozzarella schön geschmolzen ist. Wir haben hier so 40 Gramm pro Burger gerechnet. Das sind ungefähr drei, so relativ dünne Scheiben. Ich sage immer, man kann alles nachwiegen. Ich habe das alles auch schon nachgewogen in meiner Freizeit. Das mache ich jetzt nicht vor der Kamera. Aber wenn man Pi mal Daumen isst, dann isst man immer gut in der Diät. Außer man sagt jetzt, ich esse bis auf die letzten Kalorien, möchte ich es auskosten. So, wir haben alles bereit gelegt, das Brot ist schon draußen. Jetzt hole ich nochmal schnell das Fleisch raus. Und belege das Fleisch, schiebe das nochmal rein. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ich hole mal das Fleisch jetzt raus. So, ist mega heiß, das Spannpapier, aber da haben wir es. Dann habe ich immer das erste Stück hier vor, das ist das Beste. Was wir jetzt machen, wir belegen das nochmal. Und schieben das dann nochmal kurz in den Ofen. Dazu, einmal vom Papier lösen. Das sieht jetzt nicht ziemlich groß aus, ein Stück. Aber das Brot ist auch nicht so groß. So, wir nehmen das Unterteil. Und das. Wo haben wir die Soße hier auf der rechten Seite? So, wir machen schon mal einen Schuss Soße da drauf. So, das war der erste halbe Löffel. Dann unten drunter kommt die Tomate. Fleisch. Jetzt kommen die Zwiebeln. Und dann die Gurke. Und das überdecken wir jetzt mit dem Mozzarella. Guck mal, herrlich, herrlich. Das sind schöne kleine Bombenburger. Und schieben den dann jetzt wieder rein. Das machen wir jetzt viermal. Das machen wir jetzt viermal. Und dann haben wir vier todes, mega geile Burger ready hier. Mit schönen Mozzarella, wenig Kalorien. Einfach der Hammer. Hammer lecker. Hammer gesund auch. Also das sind jetzt keine Burger, die man sagen kann, die sind in Richtung Fast Food. Und wenn das alles nochmal im Ofen war, ist das auch alles schön warm. Schön warm. Knackig, ne. Der Mozzarella ist ja leicht geschmolzen. Und dann ist das auch einfach nur herrlich zu essen. Am Sonntag freue ich mich schon richtig drauf. Ich werde nach Bogen wieder mit der Diät und Training hart anfangen. Und jetzt habe ich auch einen neuen Vlog, also einen Vlog, den ich laufen lasse. Road to, äh, Back to Sixpack. Wo ich dann meinen Trainingsplan nicht zu Hause machen muss, leider, etc. Ernährung, meinen Ernährungsplan nicht schon haben werde. Alles kurz erkläre. Die Story für meinen Unfall. Und wie ich nach dem Unfall jetzt wieder fit werden will. So, das ist fertig. Oben zumachen. Jetzt Hitze nur noch von oben kommen lassen. Und da warten wir nochmal 5 Minuten. Die Zeit ist um, der Käse ist leicht geschmolzen. Wir holen mal einen Burger raus, richten ihn an und schauen uns den mal genauer an. Die anderen werde ich dann anrichten, wenn ihr nicht mehr dabei seid. Also wir kommen zum ersten Burger. Ich nehme mal das Pracht-Akzentlein mit der Hand drauf. Super heiß. Man sieht, Mozzarella, schön geschmolzen. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist ein bisschen Salat. Salat braucht jeder Burger einfach um diesen knackigen Geschmack. Da kann man so ein Tabletter einfach abreißen. Die schön oben drauf liegen. Ich nehme auch immer gerne viel von dem Salat. Ich mag das super gerne so. Dann kommt der Top drauf. Ich nehme mal den, der ist super schön. Und, et voila, ist unser erster Burger fertig. Wenn man sieht, das ist ein schöner, gesunder Burger. 400 Kalorien hat das ganze Ding. Viel Protein. Wenn man zwei davon isst, ist man auch eigentlich satt. So, wir schneiden das mal auf und schauen es sich mal von innen an. Dann aufschneiden schön vorsichtig, damit der nicht aufeinander bricht. Ich gucke es mal von innen an. Da ist es. Super schön. Wir haben den Mozzarella. Wir haben den Salat. Wir haben das Fleisch. Das magere Fleisch. Wir haben hier 35 Gramm Protein im ganzen Ding drin. Das ist super viel. Und ich werde jetzt mal reinbeißen. Und schauen, wie der schmeckt. Hammer. Richtig gut. Der Mozzarella, toll. Ist auch Curry. Und Kurkuma. Richtig lecker. Das vereistet euch die Zwiebeln richtig saftig. Und dieses ballaststoffreiche Brot passt gut dazu. Das gibt dem Ganzen so einen natürlichen Flair. Also, das war unser Video für den Sonntag heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Hoffe, ich koche das nach. Das ganze Rezept ist schnell gemacht. Das hat man in 15 Minuten. 10 Minuten ist man fertig. Und dann kann man das schon genießen. Also, wir sehen uns morgen, wenn ich meine Diage starte und mit meinem neuen Vlog Rolled Back to Six Pack. Habelie Gätschi.